In den heutigen Vivi News schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Marvel Comic NFT Drop auf Vivi an. Außerdem gibt es den nächsten Disney Drop auf Vivi und wir schauen uns auf jeden Fall auch noch den nächsten Sesamstraßen Drop an, der auf Vivi am Samstag geschehen wird. Außerdem gibt es noch ein Update zum Viviverse, das und sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit einer Menge News mit dabei und auch mit einer Menge Drops, deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video, aber erst, wenn du den Kanal abonniert hast und die Glocke aktiviert hast, denn so verpasst du in Zukunft jedenfalls keine weiteren Videos mehr und jetzt würde ich sagen, let's go und viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten tun wir als erstes mit dem nächsten Comic Drop und zwar nämlich Amazing Spider-Man Hashtag 20 aus dem Jahre 1963 und hier haben wir nämlich auch die First Appearance vom Skorpion mit dabei, deswegen macht das das ganze Comic auch so interessant. Das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Das Ganze wird natürlich hier an dieser Stelle wieder exklusive Rare wie auch Ultra Rare Cover beinhalten. Ich persönlich finde die auf jeden Fall mal gar nicht so schlecht. Das ganze Comic wird außerdem eine Limited Edition sein mit 7500 Editions nur. Das ist relativ wenig, der Listenpreis wird aber zum Glück gleich bleiben und das Ganze wird heute um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Deswegen, also für mich persönlich, heute jedenfalls ein Drop, den ich mitnehmen werde, denn die Preise of God Collect sind auch sehr vielversprechend. Eine 9.8 geht dort schon für in etwa 42.000 Dollar über den Tisch. Als nächstes haben wir von Disney einen weiteren Drop und hier nämlich einen weiteren Poster-Drop beziehungsweise eine weitere Art-Series, die wir hier sehen werden von der kleinen Meerjungfrau und das Ganze wird mit insgesamt vier Digital Collectibles am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Natürlich wie immer im Blindbox-Format. Ich muss sagen, ich finde das jetzt überhaupt nicht ansprechend, aber was ich sehr gut finde, ist hier wirklich, wie das Ganze aussieht. Also da muss ich echt sagen, Chapeau, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und sehr schön gemacht aus. Für mich persönlich trotzdem kein Drop, den ich mitnehmen werde, weil ich damit einfach nichts anfangen kann, aber ich denke mal, es wird trotzdem einige Disney-Fans da draußen geben, die sowas schön finden und sich sowas kaufen werden, aber das Ganze wird sehr wahrscheinlich sehr stark unter Droppreis landen. Als nächstes sehen wir Oskar von der Sesamstraße auf Vibi und das hier mit einem animierten NFT und das Ganze wird am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Ganze hier einmal mit diesem Collectible. So sieht einmal das ganze Collectible hier aus. Das Ganze ist auch noch mit Sound. Ich persönlich finde das auf jeden Fall eine witzige Idee, hier auch noch ihn mit reinzubringen in das gesamte Game und ich bin definitiv mal gespannt, wie das auch in der Community ankommt wird und ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf deine Meinung da draußen. Nimmst du diesen Job zum Beispiel mit oder auch nicht? Listenpreis gehe ich mal sehr stark von aus. Das wird sich hier bei 60 Gems einpendeln. Als nächstes gibt es noch eine weitere Ankündigung und zwar nämlich von den Monsterhuntern. Hier ganz wichtig, nur noch bis zum 27. Mai sind auch die Collectibles noch im Markt verfügbar. Die Secretware ist ja ausverkauft, die Ultras sind ja aber noch teilweise im Markt verfügbar. Dementsprechend nur noch bis zum 27. Mai habt ihr hier Zeit. Danach werden alle restlichen geburnt und dementsprechend wird das auch einen interessanten Impact auf den Preis der Ultras haben und ich bin voll sehr gespannt, wo es danach hingehen wird. Aber wie gesagt, bis zum 27. Mai habt ihr hier noch Zeit, ein Collectible aus dem Store zu kaufen. Als nächstes kommen wir zu einer Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und das ist nämlich Sicherheit von Coins. Und dort drunter zählt natürlich nicht nur der eigene OMI-Token, sondern auch alle möglichen Kryptowährungen. Jeder hat das wahrscheinlich so in etwa schon mitbekommen. Mit der Geschichte mit Ledger, klar gibt es dort einige Optionen. Das Unternehmen zieht das jetzt auch teilweise zurück. Mir persönlich ist das aber einfach zu heiß, weil diese Backdoor einfach möglich ist zu beschreiten und auch theoretisch die Regularien der EU hier das ganze Wallet von Ledger beeinflussen können. Dementsprechend, ich persönlich bin auf Tangem umgestiegen und bin damit bis jetzt jedenfalls sehr zufrieden. Es ist wirklich sehr einfach zu handhaben und es ist wirklich, ja eigentlich nicht sehr viel größer als eine Kreditkarte beziehungsweise es ist genauso groß wie eine Kreditkarte. Du kannst es überall mit hinnehmen, du kannst es in deinem Portemonnaie mit haben und dann kannst du das immer jederzeit mit deinem Handy verknüpfen, Kryptos versenden, hin und her und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach wirklich eine super Sache. Das Ganze können wir uns ja auch nochmal ganz kurz anschauen. ist außerdem ein Schweizer Unternehmen, das heißt nicht in der EU, was wiederum hier EU-Regularien etwas schwieriger macht, weil es einfach ein Schweizer Unternehmen ist. Dementsprechend die EU da relativ wenig Einfluss hat. Das Ganze, wie gesagt, sieht aus wie eine Bankkarte, ist sehr, sehr einfach hier mit einem NFC-Chip in der Karte selbst versehen. Wirklich sehr, sehr simpel zu verknüpfen. Außerdem braucht es wirklich sehr kurz, einfach um das Ganze auch aufzusetzen. Ich glaube, ich habe fünf Minuten gebraucht, hier steht zwar drei Minuten, aber wie auch immer sehr kurz, wirklich das und sehr einfach das einzurichten. Ansonsten wirklich den höchsten Sicherheitsstandard mit dem Chip. Dann außerdem, ja, maximale Wasser- und Temperaturresistance, also wirklich bis minus 25 Grad. Man könnte das theoretisch einfrieren und könnte es wieder auftauen und das würde immer noch funktionieren. Außerdem auch keinerlei Batterien oder sowas, also sehr, sehr einfach gehalten, aber auch sehr sicher. Außerdem wird hier übersprochen, dass es mindestens 25 Jahre hält. Und was ich persönlich auch sehr spannend fand, dass das Ganze Open Source ist, unter anderem auch hier das ganze Wallet anscheinend existieren soll, beziehungsweise auch funktionsfähig bleiben soll, wenn Tangem als Firma nicht mehr existiert. Ob das dann wirklich so kommt, das ist die andere Sache. Aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ich persönlich finde aber auf jeden Fall, das Ganze ist ein sehr interessanter Ansatz und sollte auf jeden Fall eine Option für jemanden bleiben, der hier sagt, hey, also Ledger hat mich hier definitiv enttäuscht. Ich hatte eigentlich gehofft, die Bitbox zu nehmen. Da ist aber das Problem, dass hier tatsächlich der Omi-Token nicht supportet wird. Hier bei Tangem ist es aber der Fall, dass das Ganze supportet wird und ich habe es schon ausprobiert mit Transaktionen. Wirklich einwandfrei. Deswegen, wenn du auf jeden Fall hier ein Wallet kaufen möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall sehr gerne mit meinem Promocode machen, Captain Vivi, so wie auch hier auf YouTube mein Name. Und dann bekommst du 10% Rabatt. Ich bekomme eine kleine Provision von dem, was du dort bezahlst. Im Prinzip eine Win-Win-Situation. Und wenn dich das Ganze auf jeden Fall interessiert, dann kannst du das Ganze auf jeden Fall kaufen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir aber wieder zu Vivi-basierten Stuff. Kommen wir anschließend zum Thema Vivi-Wörse und wie sich der ein oder andere schon gedacht hat. Ja, kommt das Ganze wieder etwas zu spät. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, auf jeden Fall hier die richtige Kommunikation, zu sagen, hey, daran liegt es und deswegen kommt es später. Haben sie hier in diesem Thread einmal noch mal ganz kurz zusammengefasst. Und man muss an dieser Stelle tatsächlich auch sagen, es liegt nicht an Vivi, sondern es liegt an dieser Stelle an Can-For-Us. Das sind die, die an dieser Stelle hier das Vivi-Wörse bauen. Und die haben an dieser Stelle diese Probleme. Vivi hat damit relativ wenig zu tun. Also an dieser Stelle wirklich der Provider, der hier schuld an dieser ganzen Thematik ist, dass das Ganze später kommt. Nichtsdestotrotz, es wird auf jeden Fall kommen und allerspätestens im Juli werden wir die ersten Beta-Access-Leute haben, die das Ganze testen können. Es wird ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen dauern. Nichtsdestotrotz, es wird auf jeden Fall meiner Meinung nach dieses Jahr kommen und vielleicht auch sogar für alle. Das werden wir Ende des Jahres dann sehen. Als nächstes noch mal eine ganz kurze Aufmerksamkeit und zwar nämlich für ein Produkt auf Amazon, was mir gestern Abend der Frank gezeigt hat und ich ganz spannend fand. Vielleicht für den einen oder anderen ist das hier eine witzige Geschichte. Und zwar hat nämlich Funko Pop hier eine Special Edition rein auf Amazon rausgebracht mit Steamboat Willy. Vielleicht für den einen oder anderen hier zum 100. Geburtstag etwas, was man kaufen möchte. Ich denke jetzt mal nicht, dass das irgendwann mal 100.000 wert sein wird, aber vielleicht für den einen oder anderen hier eine nette Geschichte, das Ganze zu sammeln. Vielleicht sammelt der einen oder andere auch von euch schon Funko Pop. Ich persönlich werde mir vielleicht eins holen, aber ich bin da auch noch ehrlich gesagt am Überlegen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auch mit Riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, guten Abend und bis dahin, der Käpt'n. Ciao, ciao.